History does not copy, it rhymes. Das ist ein Spruch, ich glaube, Ernest Hemingway wird dazu gesprochen. Die Vergangenheit ist nicht immer exakt die gleiche, aber sie sieht doch so ähnlich aus, dass es sich quasi reimt. Wir hatten noch vor einer Woche eine Situation beim Dow Jones, der maßgeblich in die Knie gegangen ist, deutlich runter und sich allerdings im Nachgang wieder erholt hat. Und jetzt am Wochenanfang oder beziehungsweise gestern hatten wir die Situation beim Nasdaq-Index hier, den Nasdaq-Future, den wir jetzt hier aktuell sehen, der massiv noch umgegangen ist, 2,3, was weiß ich wie viel Prozent, 2,4 glaube ich in der Spitze, hier der Verlust, aber das Ganze schon halbwegs wieder aufgeholt. Noch ist die Kuh nicht gänzlich vom Eis, denn noch ist das, was wir hier als Aufwärtsbewegung sehen, viel schwächer als das, was wir hier haben. Das ist übrigens ein Unterschied. Wir wechseln mal schnell auf den Dow Jones Future, denn hier sehen wir, dass wir nach diesem scharfen Rücksetzer auch eine sehr scharfe Aufwärtsbewegung bekommen haben. Die macht einen guten Eindruck grundsätzlich, denn die zeigt ganz klar, dass hier überhaupt gar keine Chance war, irgendwie was ABC-mäßiges hier nach unten zu triggern, um dann eben in einen möglichen Short reinzukommen. Jetzt vergleichen wir das wieder mit dem Nasdaq. Da haben wir jetzt hier diesen Rücksetzer gesehen, aber der Anstieg ist eben nicht ganz so deutlich. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart so ganz so deutlich schwunghaft, wie wir das beim Dow Jones gesehen haben. Nichtsdestotrotz, wir sind sehr weit nach oben gelaufen schon und da kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, naja, wenn der jetzt nicht noch durch dieses Tief hier wieder fällt, dann ist eigentlich hier erstmal alles safe. Also aktuell, auch die letzte Bewegung, die wir hier haben, ist doch so schwunghaft nach oben, dass man vorläufig scheinbar hier keine Sorge mehr haben muss. Hier hat man sich mal kurz erschrocken, hier ist der Kurs mal kurz nach unten gegangen, das Ganze aber wieder wettgemacht. Ein möglicher Trigger für die Short-Seite wäre dieses Tief, das ist hier vom 28. Juli, also von gestern, ne Quatsch, von heute jetzt hier, von nicht so allzu langer Zeit, das ist ja 5-Minuten-Chart jetzt hier, also im Laufe des frühen Nachmittags, jetzt kurz nach Börseneröffnung, der Kurs also jetzt nach oben gelaufen, solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, ist eh alles erstmal safe. Da müssen wir auch nicht wirklich mehr erwarten. Allerdings, wenn wir hier doch nochmal durch sollten, dann ist nicht nur diese Marke, sondern auch wahrscheinlich diese hier nochmal in Gefahr, dass der Kurs sich nochmal nach unten fortsetzt, mit einer gewissen Restchance, dass es sogar noch weiter nach unten geht. Das wird man dann sehen, ob der Kurs dann so weit nochmal da ausholt. Also, erstmal die Sorge beim Nasdaq, vorläufig vorüber, denn durch die Höhe, die wir jetzt hier gesehen haben, ist alles gut. Beim Dow Jones ist sowieso alles erstmal safe, wir sehen das durch den starken Anstieg. Im Gegenteil, jetzt wäre es eigentlich wunderschön, das wäre das Liebste, was mir jetzt passieren könnte, dass der Kurs ein bisschen hier mal runter käme und das idealerweise wackelig. Im Moment macht er das ja schon wackelig, nur mit dem Runter hat er es noch schwer. Wenn er hier noch ein bisschen tiefer käme, Richtung 38er Marke, dann wäre das auch eine ganz klassische, eine typische Korrekturtiefe in dem Fall und würde dann eben besonders gerne dazu verleiten, dann nochmal auf die Longseite wieder mit aufzunehmen, dass wir endlich wieder hier weiter Vortrieb nach oben haben. Im Moment ist das noch nicht so hundertprozentig zu erkennen. Da sieht man noch, dass er noch unentschlossen ist, was das angeht. Und zwar in beide Richtungen. Wir sehen manchmal stark nach oben, stark nach unten, aber eben keine typische Trendrichtung. Nochmal so zur Erinnerung, das ist jetzt ein bisschen in die Theorie reingeguckt. Also wenn wir zwar Rücksetzer haben, also das ist zum Beispiel auch eine Bewegung, die ja Rücksetzer hat, nämlich hier und da beispielsweise, aber wir sehen, dass die weit voneinander entfernt ist, das Tief und dieses Hoch hier. Die haben nichts miteinander zu tun. Das ist ganz anders in so einer Bewegung hier. Guckt euch das an. Hier eine Gegenbewegung, da eine Gegenbewegung und das, aber mit Kursüberschneidung. Und das haben wir hier auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Das heißt, alles das, was wir hier sehen, sieht doof aus. Und doof ist der Vorausdruck dafür, dass es nicht ein klares Bild ist und eher korrektiv aussieht oder anmutet und dementsprechend noch nicht keine echte Handelsentscheidung oder Handelsrichtung jetzt hier eben vorgibt. Das ist ähnlich beim S&P 500. Auch hier würde ich mir eigentlich nach diesem letzten Anstieg sehr wünschen, dass er nochmal hier hinkommt, zumindest in die Nähe der 38er. Er muss hier nicht in das Zentrum rein. Wenn er aber hier in die Nähe dieser Marke nochmal reinkäme, dann wäre das ein typisches Indiz dafür, dass das hier eine ordentliche Korrektur ist, die dann wieder quasi diesen Anstieg ausgeglichen hat. Und dann hat man die besten Voraussetzungen entweder hier an einem Cluster, wenn es hier dann eins gibt. Das kann man aber erst sagen, wenn der Kurs ein bisschen noch weiter runter geht, dann gibt es manchmal mehrere Linien. Im Moment haben wir hier nur die rote Linie hier der 38, 20er. Ein Hinweis, nehmen wir mal, es bliebe bei diesem Hoch. Das können wir jetzt schon mal vermuten, aber es bleibt noch bei einer Vermutung. Wenn ich hier jetzt die Extension rechne, dann haben wir hier auf gleicher Höhe die 161, 80er Marke. Ich mache mal dieses hässliche Blaue da weg. Da haben wir immerhin zwei Marken und man kann natürlich auch nochmal sowas wie Symmetrien mit einarbeiten, falls die eben, naja gut, ihr seht schon, hier clustert es im Moment noch nicht so schön. Da haben wir hier zwei Linien da. Ich habe es immer gerne, wenn möglichst viele Linien sind. Das mit den Linien, das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen. Viele sagen, ja, nur weil da eine Linie ist, dreht der Kurs da nicht. Das ist völlig richtig. Dem Kurs ist das nahezu egal. Allerdings nicht allen Marktteilnehmern, denn einige achten auf diese Cluster. Und wenn die an dieser Linie zögerlich werden und sagen, naja gut, dann verkaufe ich jetzt halt mal nicht, ist das eine Möglichkeit, dass der Kurs da tatsächlich dreht. Deshalb ist das hier für viele ein möglichst Einstiegsszenario. Für mich ist das alleine nicht ausreichend. Also nur wenn der Kurs jetzt da drankommt, gehe ich nicht long. Aber dort gucke ich dann quasi mit der Lupe da drauf, ob der Markt dann hier zum Beispiel, das ist ja im 4-Stunden-Chart, dort im 5-Minuten-Chart dann zum Beispiel irgendwie sowas macht. Also wieder irgendwie was mit Stärke hoch und Schwäche nach unten. Dann gilt wieder das Trigger-Prinzip. Und dann hat man das große Bild, was wunderbar passen würde, mit dem kleinen, das den richtigen Verlauf dann hier eben anzeigt. Also das ist etwas, auf das ich da achte. Also tatsächlich, Rücksetzer hier bei diesen Märkten würde mich nicht wundern. Im Gegenteil, würde mich freuen. Ob er das nutzt, werden wir dann sehen. Kann natürlich sein, dass er das jetzt nicht mehr macht, aber das wäre eigentlich perfekt. Denn dann hatten wir wieder ein klares Einstiegsbild. Jetzt in dieser Situation finde ich einen Einstieg doof, denn ihr seht das auch hier, dass sowohl die letzte Aufwärtsrichtung als aber auch diese letzte Abwärtsrichtung kein deutliches, klares Bild gibt im Sinne von, ja, das ist jetzt hier die super Richtung, zumindest aus aktueller Sicht nicht so deutlich nachzuvollziehen. So, in diesem Sinne, da gongt es, das ist der richtige Schlusston für dieses Video. Euch jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg an den Märkten und bis zum nächsten Beitrag.